Jahrzehntelang wurde über Gorleben als möglicher Standort für ein atomares Endlager gestritten. Die Atommülltransporte dorthin waren stets Anlass für massive Proteste. Jetzt stellt sich heraus, der Symbolort der Anti-Atomkraft-Bewegung in Niedersachsen kommt nicht für die Lagerung von hochradioaktivem Atommüll in Frage. Das geht aus einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung hervor. Die Experten untersuchten mögliche Lagerstätten in ganz Deutschland zunächst auf ihre geologische Eignung. Sie müssen so stabil sein, dass Atommüll über eine Million Jahre möglichst risikoarm gelagert werden kann. Der Salzstock in Gorleben erfüllt diese Voraussetzung nicht. Er ist vereinfacht gesagt nicht wasserdicht und das Gestein darüber nicht stabil genug. Tonformationen in der näheren Umgebung von Gorleben sind dagegen weiterhin im Auswahlverfahren enthalten. Im Zwischenbericht zur Endlagersuche sind Gebiete in fast allen Bundesländern enthalten, außer im Saarland. In den kommenden Jahren soll die Standortsuche weiter eingegrenzt werden. Dabei geht es auch um Kriterien wie Siedlungsdichte, Naturschutzgebiete und Zugänglichkeit. Bis 2031 soll das Auswahlverfahren abgeschlossen sein. Die endgültige Entscheidung über den Endlagerstandort trifft der Bundestag.